Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a rave of love and light on me. Dieses ist das Knalltüten Special des Montags des 5. Oktober. Knalltüter Nummer 1. Jens Spaten besucht Berlin. Jens Spaten kommt in Berliner Restaurant und sieht lauter Leute ohne Maske. Hey Leute, das kann doch überhaupt nicht wahr sein, dass ich der einzige bin, der hier eine Maske trägt. In Berlin muss etwas passieren. Ok. Let the midnight special shine a light on me. Die Corona Party geht weiter. Ok, also jetzt sind wir bei Knalltüte Nummer 2. Knalltüte Nummer 2 ist Frau Kalachi Klatschi oder so. Jedenfalls hat die auch voll zugelangt und gesagt, Silke kann nicht weiter gehen in Berlin und wir sehnen diese ganzen Zahlen und ja, wir müssen Maßnahmen verschärfen. Maßnahmen verschärfen. Klar. Diktatoren verschärfen Maßnahmen. Leute finden verschärfen von Maßnahmen geil. Let them in the midnight special. Hey, wo kommt die Polizei jetzt zu meiner Corona Party? Hey Leute, ihr seid sehr doof. Ihr habt euch wirklich ein Special verdient. Ja. Ein Knalltütern Special. Finde ich. Ja, das ist meine Meinung. Genau. Das ist weder beleidigend noch sonst irgendwie was. Das ist einfach nur Fakt, dass ihr Knalltüten seid. Fakt. Ja.